Machen die Vahamen eigentlich noch Musik? MOBAs Leben und Sterben mit den Qualitäten der Helden, die man in ihre Arenas schicken kann, Infinite Crisis hat da einen entscheidenden Vorteil, denn das MOBA darf sich an dem schier bodenlosen Pool an DC-Comic-Helden bedienen. Nun sind die A-Lister um Superman und Bats schon von Anfang an dabei, also was tut man, wenn man seine Heldenriege erweitern will? Man greift auf die nächstbeste Option zurück. Den Hund? Ab dem 26. März könnt ihr mit Krypto, Supermans Haustier, in den Kampf ziehen. Laut Entwickler ist er ein Nahkampf-Damager mit Fähigkeiten wie Hohle das Stöckchen oder Bester Freund des Menschen. Was ein Skandal ist! Krypto ist in den meisten Comics mindestens genauso intelligent wie Menschen. Ihn auf seinen Hund sein zu reduzieren ist animalisch. Kann man das Wort so verwenden? Ja, kippt schon. Was meint ihr? Wird Krypto ein Fan-Favorit oder ist der Pool an DC-Helden doch nicht so bodenlos wie anfangs gedacht? Antwortet uns mit einem Kommentar, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, klickt den Abo-Button, wenn ihr euch schon da unten herumtreibt und benutzt, wenn überhaupt, Ohrstäbchen nur selten. Die sind schlecht fürs Gehör. Tschöö! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.